Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um das Alternative zur Wildschleife und zur Do Wildschleife, nämlich die Vorschleife. Die Vorschleife ist sehr sehr nützlich, wenn ihr zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Malen durch etwas durch müsst. Also quasi das, was wir bisher mit der Wildschleife gemacht haben, nur irgendwie in angenehmerer Schreibweise. So, wenn ihr euch mit der Wildschleife schon ein bisschen vertraut gemacht habt, dann wird es jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes für euch werden. Ich zeige es euch trotzdem. Okay, die Vorschleife fängt an mit, wer hätte es gedacht, einem for. Und danach definieren wir uns. Also wir brauchen vorher nichts irgendwie schreiben oder sowas, aber wir müssen hier drin drei Sachen definieren, in dieser Klammer. Nicht nur eine Bedingung, sondern wir müssen zuerst mal eine Zählvariable definieren. Und da sagen wir dann einfach, normalerweise nimmt man ein Integer, int i heißt ja meistens, ist irgendwie Konvention geworden, aber man muss sich nicht dran halten. Man kann ihn auch Franz Josef oder sowas nennen oder irgendwie was anderes. Int i gleich 0, i kleiner als, und jetzt die Anzahl an Malen, die ihr laufen wollt. Also zum Beispiel 42 Mal wollen wir da durchlaufen durch diese Vorschleife. Achtet darauf, dass normalerweise immer hier mit einem Semikolon getrennt wird. Das heißt, erstmal definieren, dann Semikolon. Dann wieder die Bedingung. Das ist jetzt meine Bedingung gewesen. Ähm, ja, i kleiner 42, offensichtlich eine Bedingung. Oder kleiner gleich, oder wie auch immer ihr wollt. Wenn ihr hier mit 0 anfangt zu zählen und kleiner 42 macht, dann lauft ihr genau 42 Mal durch. Wenn ihr hier kleiner gleich macht, dann lauft ihr 43 Mal durch. Wenn ihr hier aber mit 1 anfangt und kleiner gleich schreibt, dann lauft ihr auch wieder 42 Mal durch. Ähm, aber normalerweise empfiehlt es sich mit gleich 0 anzufangen und kleiner zu schreiben. Warum werden wir noch sehen, wenn wir ein Array dafür benutzen werden? Okay, ähm, also i gleich 0, i kleiner 42 und dann, was am Ende ausgeführt werden soll. Also, um wie viel zum Beispiel i erhöht werden soll. Standard ist i++. Hier hinten dran brauchen wir normalerweise auch keinen Semikolon mehr. So, und jetzt hier drin irgendwie der Schleifenrumpf. Heißt das ganze Ding, Schleifenrumpf. So, ähm, den machen wir gleich. Okay, also was passiert hier? Erstmal ganz am Anfang, bevor die Schleife anfängt, wird mir ein i gesetzt und das i wird mit 0 initialisiert. Das heißt, es hat den Wert 0 am Anfang. So, ähm, die Schleife soll laufen, solange i kleiner als 42 ist und jedes Mal, wenn die Schleife einmal durchgelaufen ist, aber erst danach, das heißt quasi, wenn wir hier angekommen sind, dann soll dieses i um 1 erhöht werden. Ihr könnt hier genauso gut i plus gleich, äh, irgendeine Zahl machen, r solltet ihr vielleicht nicht hinschreiben, aber irgendeine Zahl machen und ihr könnt die Bedingungen so anpassen, wie ihr sie braucht. Ihr könnt hier auch mit irgendwelchen anderen Variablen hantieren, also irgendwelche Doubles oder sowas nehmen. Achtet nur darauf, bei Doubles könnt ihr kein Gleich verwenden. Das heißt, wenn ihr hier schreibt gleich gleich und ihr nehmt einen Double, dann könnt ihr euch nicht sicher sein, dass dieser Double auch wirklich den Wert hat. Hatten wir im Video zu, äh, zu Doubles gesehen, dass die ungenau sind oder Floats generell sind ungenau. Okay, aber Standard ist wie gesagt das hier. So, und jetzt, was passiert hierbei? Wir laufen hier durch und haben eine Variable i immer zur Verfügung, die hier einfach mitläuft, ohne dass wir hier drin im Schleifenrumpf uns irgendwie mit diesem i rumschlagen müssen. Bei while mussten wir immer noch dafür sorgen, dass dieses i langsam mitwächst oder mitschrumpft oder je nachdem, wie wir durchlaufen, das müssen wir hier nicht mehr machen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und, ähm, was wir jetzt normaler, also für diese Vorschleife wird häufig, sehr, sehr häufig für Arrays verwendet oder für Listen. Wir werden uns jetzt hier einfach ein Array schnappen, das ist jetzt zum Beispiel ein IntArray, Int, Klammer, Klammer. Äh, ich nenne es jetzt einfach mal Array, das muss nicht so heißen, ich kann es auch einfach mein Array nennen. Und, ähm, das ist jetzt einfach, äh, ich mache hier mal nur bis 5, damit wir auch nur 5 Elemente haben, sonst wird es so ein bisschen lange dauern, bis ich euch das gezeigt habe. Ähm, und jetzt sagen wir hier mal irgendwelche Werte. So, okay, wir haben jetzt hier 5 Werte drin. Normalerweise, wie gesagt, kann man auch über dieses Array oder von diesem Array die Länge bestimmen. Das heißt, ich könnte hier auch einfach, was besser ist sogar, mein Array Punkt Length oder sowas ausrechnen lassen. Oder, was ich euch gezeigt hatte, len von mein Array. Das werde ich jetzt hier wieder benutzen. Wie gesagt, das sieht pro Programmiersprache immer ein bisschen anders aus. Okay, aber es soll die Länge zurückgeben, wie viele Elemente befinden sich denn hier drin. Und das wäre jetzt ein Element, 2, 3, 4, 5 Elemente. Perfekt. Okay, und jetzt kann ich hier, also jetzt habe ich hier quasi dynamisch berechnet, wie viele Elemente sind denn in meinem Array drin. Und jetzt kann ich mit dieser Zählvariablen i auf meine Elemente im Array super easy zugreifen. Zum Beispiel, ich mache jetzt ein Print mal als Beispiel, muss aber kein Print sein. Mein Array und dann einfach von i. Und was das macht ist, es fängt an mit dem 0. Element, also weil wir hier gesagt haben, es fängt von 0 an. Mein Array von i, also mein Array von 0 und das wird ausgegeben. Super. Nächster Durchlauf wurde i um 1 erhöht, quasi hier unten wird um 1 erhöht. Das heißt, hier ist dann i gleich 1, also i gleich 1. i ist immer noch kleiner als 5, dann wird mein Array von 1 ausgegeben und wieder 1 erhöht. Und wieder sind wir bei i gleich, oder was heißt wieder, wir sind bei i gleich 2. 2 ist immer noch kleiner als 5, also wird hier nochmal mein Array von 2 ausgegeben. Danach i um 1 erhöht und so weiter und so fort. Also mein Array von 3 ausgegeben, mein Array von 4 ausgegeben und am Ende, wenn wir bei 5 angekommen sind, dann sagt er hier, halt, stopp, 5 ist nicht mehr echt kleiner, sondern gleich groß wie 5. Also hören wir auf. Und warum hören wir auf, wenn das Ding 5 ist? Wir haben doch hier 5 Elemente drin. Das liegt daran, dass wir nur bis 4 zählen dürfen, wenn wir 5 Elemente drin haben. Denn das ist das 0. Element, das 1., das 2., das 3. und das 4. Und so funktioniert, also so benutzt man eigentlich in den allermeisten Fällen eine Vorschleife. Also wie gesagt, wirklich sehr, sehr praktisch und ihr müsst euch nicht mehr drum kümmern. Eine Kleinigkeit habe ich noch für euch und zwar dieses int i. Wenn ihr euer i hier oben irgendwie mal aufrufen würdet, also sowas wie print i machen, dann habt ihr ein Problem, weil hier gibt es das i noch nicht. Das wird erst hier definiert. Das heißt, ich kann es hier oben noch nicht ausgeben. Wenn ich jetzt aber hier drin mein i ausgeben möchte, funktioniert das einwandfrei. Weil ich ja hier drin mein i habe und mit meinem i die ganze Zeit weiterlaufe. Hier benutze ich es ja auch. Aber Vorsicht, hier unten drunter gibt es das i auch nicht mehr. Das zählt nur für innerhalb der Schleife und danach stirbt das i wieder und gibt seinen Speicherplatz frei. Also ist es gleichzeitig auch noch super speicherplatzsparend und sehr, sehr effizient. Was natürlich auch sinnvoll ist. Und ihr könnt dann auch hier unten diese Variable i wieder benutzen, Wenn ihr zum Beispiel wieder eine Vorschleife benutzt, könnt ihr dieses Ding in der Schleife wieder i nennen und müsst es nicht irgendwie anders taufen. Sonst müsstet ihr euch ja die ganze Zeit merken, wie habe ich denn jetzt in meiner 20.000. Schleife mein i genannt. Und das wäre ein bisschen doof, weil irgendwann gehen euch die Namen auch mal aus. Also das heißt, hier unten print i wird euch einen Fehler werfen, weil es das i nur innerhalb der Schleife gibt. Das heißt, nur in diesem Bereich. Wunderbar. Okay, das war die Vorschleife. Nächstes Mal gibt es die For Each Schleife. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.